Wie habe ich mich von vergangenen Themen gelöst, also wirklich auch schwere Themen? Ich wollte einfach immer herausfinden, warum jemand das tut, was er tut, wie das Menschsein funktioniert. Der Schlüsselmoment war der, wo ich angefangen habe, an mir selbst zu arbeiten und damit zu schauen, wie verhalte ich mich überhaupt dem Umfeld gegenüber. Weil wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der sich oft ärgert über andere Menschen, wenn du jemand bist, der viele Dinge persönlich nimmt, die von außen gesagt wird, wenn du jemand bist, der es nicht mag, dass man schlecht über dich spricht, wenn du jemand bist, der es nicht mag, wenn man dir Vorwürfe gibt, dann solltest du dich an allererster Stelle fragen, wie du tickst. Also redest du niemals schlecht über jemanden anders? Gibst du anderen niemals Vorwürfe? Kann es sein, dass auch deine Worte andere verletzen? Und ganz ehrlich, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass alle diese drei Dinge auch in deinem Leben passieren, dass du auch so zu anderen bist und dir das vielleicht gar nicht bewusst ist. Und das ist aber auch nur ein Verhaltensmuster, dass gerade in dem Moment, wo du dich so fühlst, wahrscheinlich du das gerade so auslebst. Oder du machst es sehr bewusst, aber wenn du es sehr bewusst machst, dann darfst du auch keinen anderen Menschen dafür verurteilen, dass der es vielleicht eventuell bewusst macht. Und wenn du es unterbewusst machst, darfst du auch keinen anderen Menschen dafür verurteilen, dass der das unterbewusst macht. Und dieser ganze Schlüssel war für mich so die Erkenntnis, dass ich bei mir anfangen darf. Dass ich schauen kann, okay, welche Haltung habe ich jetzt zu den bestimmten Themen, zu den bestimmten Verhalten? Und was hat es wirklich mit mir zu tun? Ich habe einfach einmal hingeschaut, was es tatsächlich ist.